Wenn ich auf dem kleinen Marktplatz in unserer Stadt einkaufen gehe, dann stelle ich fest, das ist nicht nur ein Platz, der dazu gedacht ist, dass man Obst und Gemüse und Blumen und ähnliches kauft, sondern es ist ein Ort, an dem Nachrichten ausgetauscht werden. Nachrichten, die irgendwie für jemanden interessant geworden sind, die werden an irgendeinen anderen Menschen weitergegeben. Und da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Dinge, aber ich habe festgestellt, es sind oft Nachrichten, die irgendwie den Charakter haben von etwas Deprimierenden, etwas, was irgendjemand passiert ist. Es sind weniger Nachrichten, die etwas Ermutigend, etwas Auferbauendes, etwas Fröhliches sind. Nachrichten, die wir hören, die machen etwas mit uns. Nachrichten, die wir hören, die bleiben eine Weile in uns und wir müssen sie verarbeiten. Wir sollten als Menschen, die zu Gott gehören, die unseren Gott kennen, wir sollten Qualitätsnachrichten weitergeben. Worte der Ermutigung, der Auferbauung, Worte, die jemanden weiterbringen im Leben. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Menschen gesprochen habe und sie haben mir erzählt von dem, was sie mit Gott erlebt haben, wo sie seine Bewahrung erlebt haben, wo sie etwas mit Gott überwunden haben, wo sie Sieg erlebt haben. Das sind wohltuende Gespräche, das sind Gespräche, die bleiben mir lange in Erinnerung. Das sind Gespräche, die mir im Glauben weiterhelfen, die mich ermutigen, die mich aufgebaut haben. Du musst wirklich sehen, welche Nachrichten höre ich? Wo leihe ich mein Ohr? So sagt man das ja. Welche Nachrichten habe ich in mir aufgenommen? Welche Nachrichten dürfen denn etwas mit mir machen? Und welche Nachrichten gebe ich gleich an den Nächsten weiter? Sind das auch so geschwätzige Nachrichten? Sind es auch Nachrichten, hast du schon gehört? Oder sind es Nachrichten, die auferbauend sind? Die wohltuend sind? Vielleicht sind es auch manchmal Nachrichten, die jemanden anderen ermutigen, sich zu verändern. Aber in jedem Fall solltest du prüfen, was rede ich zu dem anderen hin? Was spreche ich aus? Sind es wirklich Qualitätsworte, die aus mir herauskommen? Ich wünsche dir, dass du ganz neue Erfahrungen machst in dem, wie rede ich? Über was rede ich? Mit wem rede ich? Über was? Und dass du erfährst, dass das, was der Heilige Geist in dich gelegt hat, was das Wort Gottes in dir aufgebaut hat, dass du das aussprichst und dass du weißt, es stimmt, Gott hat in dem Gebiet auch viel, viel mehr für mich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!